Herzlich Willkommen zur ersten Folge Minecraft Create Ein neues Projekt was ich mit Cubestar zusammen überlegt habe Wir haben uns dafür einen Server besorgt und tun hier einfach nur bauen Es waren so typische Oldschool Baufolgen Und wir haben uns überlegt, wir bauen als erstes mal so ein kleines Dorf Und bei mir auf dem Kanal wird es voraussichtlich jetzt erstmal nur einmal im Monat kommen Aber wenn es euch gefällt, da brennt gerade ein Zombie Kann ich das gerne öfters bringen Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der ersten Folge Also Cubestar hat jetzt schon das Bauen angefangen Ich bin ein paar Minuten später gekommen Und was ist das hier? Was? Was das hier ist? Das ist ein Haus Ja, aber was für ein Haus? Ist das dein Haus oder? Ein kleines Kuh Einfach nur ein Haus Ja, das ist ein kleines komisches Haus Das erweitere ich noch hier so nach hier Das wird dann mal aus, denke ich Aber das wird hier dann noch so erweitert Und bekommt einen Stall Hier hängt man so mit zu verschiedenen Gängen Okay Und, warte, darf ich kurz mal meinen Zuschauern den Effekt zeigen? Auch funktioniert das? Guck mal, es leuchtet Warte, ich muss noch die Fackeln wegmachen Hier drinnen Die sollen hier gar nicht Plops, plops Und hier draußen auch Das wird auch noch zu so Lava-Dingern umgewandelt Und dann sieht das so ganz cool aus Finde ich zumindest Okay Ja Ich habe mir überlegt Ich fange hier drüben an Hier am Fluss in der Ecke Und ich hätte sowieso gesagt Ähm, dass jeder so ein bisschen Auch sein eigenes Stadtteil baut Dass wir jetzt sagen Hier drüben baue ich ein paar Häuser Da baust du ein paar Häuser Und dann ist das das Stadtteil Cubes da Das ist das Stadtteil Laters da Und zusammen ist es dann Die Minecraft Create Stadt Oder wenn ihr Namensvorschläge habt Schreibt die gerne mal in die Kommentare Ja, die brauchen wir nicht drinnen Aber ich finde Create schon gut Naja, das ist halt der Name vom Projekt Ich werde jetzt als erstes hier mal die Zombie-Höhlen Nein, nein, das kann man die Zombie-Höhlen nennen Die Löcher stopfen Und was so Dass keine Zombies da unten drin spawnen können Und Ja, dann sehen wir uns gleich wieder Wenn ich damit fertig bin So, ich bin fertig Und Dann würde ich jetzt mal sagen Das stopfe ich noch kurz So, jetzt Ich habe mir überlegt Ich baue hier so eine kleine Ich weiß nicht, ob man Strand-Prominade nennen kann Aber hier so eine kleine Mauer Und fülle das noch ein bisschen auf Dass ich hier eine schöne große Ebene Fläche habe Als er sich dann jetzt hergeht Zum Beispiel mit dem Stein Ähm, ich weiß gar nicht, wie hoch ich muss So ungefähr Nein, ich gehe noch eins höher Wobei, dann muss ich die große Fläche da auffüllen Ne, ich bleibe auf der Höhe Und dann machen wir da eine Stufe hin Und dann fülle ich das auf jeden Fall hier so auf Und dann baue ich hier entlang So eine Ja, ich nenne es jetzt mal Strand-Prominade Eine Prominade einfach Und ja, dann fange ich mal an Dann fülle ich das Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe euch hat die erste Folge Minecraft Create gefallen, wenn ja hinterlasst ein Feedback, schreibt Bauverschläge in die Kommentare und schaut bei Cubestar vorbei. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Minecraft Create wieder.